Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade in meinem Hostel ausgecheckt und ich habe die Nacht vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden geschlafen. Wir haben jetzt mittlerweile drei Uhr mitten in der Nacht und ich befinde mich im Moment auf dem Weg zum Bahnhof, weil in einer Stunde mein Zug nach Sipa geht und man muss immer eine halbe Stunde vorher am Gleis sein. So, ich bin jetzt schon im Zug angekommen und das hier ist mein Sitzplatz. Und schaut mal hier, die Fenster, die kann man so komplett aufmachen, kann die so rausgreifen. Ja und ich glaube, von dort kann man auch richtig geile Aufnahmen machen. Wir machen jetzt gerade hier 20 Minuten Pause und dort geht auch schon ein bisschen die Sonne auf. Und schaut mal, so sieht der Zug von außen aus. So witzig, die haben während der Fahrt immer die Tür offen. Schaut mal hier, mega krass. Richtig, richtig toll. Jetzt kann die Sonne auf. Boah, ist das schön, ey. So, ich bin jetzt. Ingolaba. Schaut mal, die laufen jetzt hier die ganze Zeit noch durch den Zug und verkaufen so Zeug. Wir machen jetzt hier gerade wieder Pause und wir kommen jetzt gleich auch schon zum schönsten Teil dieser Zugfahrt. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt gleich auf die Brücke freue. Dort sieht man die auch schon. Wahnsinn! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind mittlerweile 10 Stunden unterwegs und machen gerade wieder Pause. Und schaut mal, hier am Bahnhof kann man sich auch überall so Sachen zu essen kaufen. Schaut euch einfach mal an, wie sehr das hier am Wackeln ist. Das ist so sehr am Wackeln, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier am Bahnhof in Sipa angekommen. Mega cool, mein Hostel, das ich mir gebucht habe, hat hier sogar so einen freien, kostenlosen Transfer. An der Unterkunft angekommen und das hier nenne ich mal einen Service. Hier gibt es direkt mal was zu trinken. Mega cool. Thank you so much. Wir sind jetzt mit ein paar Leuten hier oben auf einem Sunset Hill angekommen. Und schaut euch mal die Aussicht einfach wieder an. Es ist gerade wieder Sonnenuntergang und ich mache wieder eine Timelapse. Und er hat heute Geburtstag, 26 Jahre alt. Ja. Yeah. Happy Birthday to you. Schau doch, was hier zwei kleinen Jungs hier machen. Schaut mal, was er jetzt mittlerweile mit ihren Haaren gemacht hat. Mega witzig. Wir sitzen jetzt hier noch alle zusammen und haben uns jetzt gerade noch im... Prost. Prost. Die sind übrigens alle aus Holland. Hey. England. England. Und Amerika. Und wir haben uns jetzt gerade hier im Hotel noch Essen bestellt. Mit Koriander. Mit Koriander. Mit Koriander. Und ich habe dein Koriander bekommen. Ist lecker. Fett lecker. Das ist übrigens jetzt mein neues Lieblingswort. Fett lecker. Der Hammer. Echt. Fett lecker? Echt. Echt. Echt fett lecker. Ich bin jetzt in meinem Hostelzimmer angekommen. Und ich lege mich auch so langsam schlafen. Denn ich bin sowas von müde. Und morgen früh geht es auch schon wieder etwas früher raus. Ich mache nämlich eine Wanderung. Und wenn euch der Tag mit mir wieder gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier meinen Kanal abonnieren. Und hier das letzte Video anschauen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.